Er hat kein Hirn, jetzt ist es um die geschehen. Oh Gott, habe ich das Ding jetzt schon gelernt oder nicht? Ah, da haben wir es. Habe ich gelernt. Aber halt mal, wird dafür was bestimmt benötigt? Ah, Smitty. Äh. Ich guck mal schnell nach, was dafür benötigt wird. So. Da müssen wir demnächst auch noch die Brutmutter kennen, ne? So, was brauchen wir denn dafür? 200 Leder. Beziehungsweise nicht Leder, sondern Heid. 110 Fiber und 5 Metall. Kein Problem. Habe ich alles da. Na gut, dann weiß ich schon mal, was ich dafür brauche. Dann habe ich da auch einen kleinen und hübschen Hirsch. Das ist, glaube ich, auch Pflanzenfresser, ne? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Mal gucken, wie schnell er die Beeren wegfrisst. Aber es geht, frisst er nicht gerade schnell. Das Mammut hat aus dem 850 Leben Laguna. Level 1. Stamina 330. Oxygen 150. Gut 5000. Gewicht 500. Und außerdem, ihr wolltet gestern noch, dass ich mir erst mal einen Mammut hole. Jetzt wolltet er, ich soll mir einen Hirsch holen. Ihr müsst euch ja langsam mal entscheiden. Ich mache jetzt zuerst die Liste von hinten nach vorne. Also zuerst Mammut, dann Hirsch. Ein Lieblings-YouTuber. Hm, Lieblings-YouTuber. Aber wie heißt er? Einen einzigen habe ich bisher. Den ich gern zu sehr. Mann, wie hieß der aber jetzt? Gott! Der ist aber auch ziemlich bekannt. Äh, ein Votet? Äh, mein Lieblings-YouTuber auch. Oh Gott, wie hieß der jetzt? Mein Gott, ich muss mal schnell nachgucken. Wie er jetzt in My Hees. Weil ich, äh, gucke zwar YouTube häufiger, aber... ...so häufig gucke ich auch wieder nicht. Äh... Also soweit ich weiß, ist das zumindest einer, äh, der Gronkh kennt. Elotrix ist es nicht, Gronkh auch nicht, Moneyboy auch nicht. Oh, wie hieß der jetzt? Ah, Gronkh ist eigentlich auch nicht so schlecht. Finde ich eigentlich auch ganz korrekt. Finde ich auch gut, wie er es macht. Ich kann euch sagen, wer mein Lieblings-Streamer ist. Das kann ich euch ganz genau sagen. Wenn ihr auf YouTube auch was macht, dann... Genau, Sarasa, das war's. So, ich guck mal kurz... ... ...zoo... ...zoo... ... ... ... Mein Lieblingsstreamer ist zum Beispiel Royal Funk. Der macht das echt cool, wie er streamt. Echt cool macht er das. Und Laguna hat seinen täglichen Disconnect gehabt. Du bist gerade aus dem Spiel geflogen. Ach stimmt, ja. YouTube, ja, ja. Kannst du mal laut machen, mal gucken, vielleicht hat es sich ja lustig an. Laguna hat sich auch weh gezahnt. Was ist passiert? Mit dem Kopf, oder wie? Autsch, das tut weh. Äh, okay. Ich soll euch mal was fragen. Wer ist euer Lieblings-YouTuber? Welcher euer Lieblings-Streamer? Nö, nö, ich hör dich die ganze Zeit. would ich aus dem Spiel? Have, who for me? Oh, ja. J στο lest, das hilft. in Am T楼, Albino, ist das jetzt dein Lieblings-YouTuber oder Lieblings-Streamer? Ah, ehrlich gesagt, von denen habe ich noch nie gehört. Aber ich denke mal, das sind haupte die Leute, die Minecraft spielen, oder? Okay. Und was streamen die so alle? Okay. Laguna, ich habe hier gerade entdeckt, hier ist auch noch ein Mammut männlich. Aber Level 4, schwarz. Ne, für später, wenn du es dir vielleicht holen willst. Na, dann weiß ich Bescheid, Albino. Hast ja sowieso noch Zeit, dir, äh, bis dahin, also du hast ja genügend Zeit für. Wie gesagt, ich, äh, mach gerade den Mammut, das ist jetzt schon, ja, ich würde sagen, ein Fünftel ist fertig. Würde ich schätzen, so ein Fünftel. Aber geht ziemlich zügig, muss ich sagen. Das sieht so geil aus, so ein weißes Mammut, äh, sieht cool aus. Und dann auch noch so riesig. Aber wenn die echt eine zweite Karte rausbringen und bei der Karte muss man extra, äh, neue wieder spawnen, ist ja auch mal wieder scheiße, finde ich. Muss ich alles mal schauen, weil, ja, ich mache in letzter Zeit eben mehr das hier. Und dann auch noch ein Fünftel. Muss ich alles mal machen vielleicht, mal gucken. Muss ich erst mal gucken, wie viel Zeit ich jetzt hier noch habe, weil, äh, 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 jup. Die Mammuts sehen richtig geil aus. Allein schon die, äh, die, ähm, die, äh, oh Mann, wie heißen die denn mal? Geweiß ist es nicht. Hörner auch nicht. Gott, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Stoßzähne. Stoßzähne. Jetzt fällt es mir ein. Die Stoßzähne sehen bei den, äh, Mammuts hier richtig geil aus. Also das haben sie echt genial gemacht. Sieht echt cool aus. Richtig so, als ob sie sagen wollen, ich bin ein Mammut, ich mach dich kalt. Ich werde mir noch einen Hirsch zähmen, aber wenn ich das jetzt gleichzeitig auch noch mache, dann muss ich ihnen hier auch noch die Bären klauen. Und das kann ich nie machen. Scheiße, der hat auch nicht mehr so viel. Morgen mache ich, glaube ich, mal ein bisschen Nithain. Äh, Nithain, ja genau, Nithain. Nein, nicht Nithain. Narkotik. Oh Gott, ey. Ich bin schon total bei Warframe. Oh scheiße. Welches Datum haben wir heute? Oh oh. Ich weiß, was ich heute noch machen tue. Na 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 na. Ich komme mir immer näher. Ich hoffe nicht, dass sie mich angreifen. Was kann ich denn mit dem Hirsch farmen? Also mit dem Hirsch kann ich gut Hirsch farmen, oder wie jetzt? Okay. Hm. 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 Vielen Dank. Oh, wir haben's mittags. Wir haben so viel. Interessant. Das heißt, alle...